Ja, wunderschönen guten Morgen. Heute haben wir mal was besonderes für euch. Also wir hatten letztens ja auch schon mal so eine riesen Star Wars Sammlung gekauft und das ist jetzt Teil B davon praktisch. Also die sind jetzt reingekommen. Wir werden mal Karton für Karton auspacken. Seht ihr ja, sechs Kartons sind es. Eigentlich waren es sieben. Einen haben wir schon mal ein bisschen klein gemacht halt inzwischen. Was da alles gibt hier, ja? So Uschi, gehen wir mal kurz zur Seite. Ich stelle das mal alles da vorne hin, ja? So, was haben wir denn hier? Einmal so ein Riesenteil hier. Klon Turbo Tank mit Figur. Die beiden Figuren sind auch passend dazu, zu diesem Turbo Tank halt. Brauchst du jetzt nicht wegstapeln. R2D2 haben wir hier als Figur. Habe ich aber weggestapelt. Hast du weggestapelt? So, hier haben wir ein paar ältere Sachen. Uschi kann euch was dazu sagen. Luke Skyhopper heißt der. Was aber nicht alles für Flugzeuge und so Kram gab bei Star Wars. Total irre, ne? T16, ja. Oder hier an Figuren und sowas. So, warte mal. Hier ist der Sand. Warten wir mal ein bisschen aus. Genau. Das ist das weder, ne? Figuren. Als er noch jung und knackig war. Jawoll. Oh Barney, klaut sich schon wieder was. Barney, klaut. Dieser Dieb. So. Halt was knacken. Soll ich mal lieber gucken, was es ist? Nicht dass er einer von den teuren Star Wars Figuren ist. Ich weiß nicht, was man schon hat. Nee, da bin ich keine mehr. Das stelle ich mal alles auf den Boden. Hier, Boba Fett Deluxe mit so einem kleinen Raumschiff. Eine Flasche hat an sich geklaut. Ach so, okay. Hier haben wir noch mal das Räder. Luke. Die ist ein bisschen vergilbt, die Packung, aber... Die kann man alle zusammenbauen hier. Ja? Mhm. Ist das so? Ja. Der Flasche hat er sich geklaut, ne? Mhm. Der Schlingel. So, warte. Ich breite das mal für euch aus hier. Ihr sollt ja auch sehen, was da drin ist, ne? Ja. Weiß nicht, ist das immer so ein Dir, was daneben ist noch? Sieht so aus, ne? Das ist ein Dir. Von dem Film. Ja. Oh, die Prinzessin, guck. Da ist sie. Und noch mal Prinzessin. Ja. Prinzessin, da, ja. Die hat er besonders gemocht, siehst du? Das ist die Prinzessin Collection hier wahrscheinlich. Da müsste noch eine drin sein. Ja, schauen wir mal. Stück für Stück. Luke, nochmal. Deluxe. Der ist aber oft dabei, wa? Ja. Die fallen schon ab hier. So, das gehört noch zu dem, was du zusammenbauen kannst, ja? Was kannst du dann da draus bauen? Den Todesstern oder so? Nein. Hier ist nochmal die Prinzessin mit R2-D2. Auf der Fall. Das ist einmal Han Solo und einmal Luke. So, was haben wir hier? So ein Diorama, ne? Ja. Also so eine Filmserie praktisch. Ein Preis liegt da unten. Der ist schon abgefallen. Ja, gut. Können wir jetzt nicht ändern, ne? Hm, Barney gibt alles. Ja. Der nimmt keine Rücksicht. Nimm mal Rücksicht, Hund. Obwohl, der hat ein traumatisches Erlebnis gehabt. Da ist ein anderer Hund auf ihn drauf. Dann darf er auch mal, ne? Ja. Der Arme. Da ist noch ein Preis abgefallen, ne? Ja, da unten liegen zwei schon, ja. Oh, guck. Der macht strahlen. Ah, das blendet so. Das blendet so. Das blendet. Das blendet, ja. Ist so gut? Da ist er abgefallen. Nee, hier hinten ist er drauf. Ach so. Okay. Ja, ja, ich muss ja irgendwo hinpacken, ne? Das war ein Karton. Ich glaube, wir haben Platzprobleme. Ja, das musst du eigentlich wieder einpacken. Ja, das dauert zu lange. Ja. Warte, ich pack lieber aus statt ein. Oh, dann lass es doch da. So, mal gucken. Hier ist was größeres, guck. Das kann man natürlich dann auch schneller wieder einpacken. Von Episode 1. Ein Raumschiff, ne? So. Das gehört auch noch dazu. Na, wie siehst du, der Karton geht hier. Du machst das clever. Wenn du mich einbaust, kann ich nicht mehr füllen, ne? Du hast noch gar nicht so große Füße. Du kannst vorbeigehen. Bani ist noch da, siehst du. Armored Assault Tank. Wie gesagt, was es da so für Raumschiffe gab in den Filmen, ne? Ja. Ist mir gar nicht so bewusst gewesen, irgendwie. Das Ding hat ganz viele Kanonen da. Hellfire Druid. Wow. So, den Karton haben wir leer. Der ging, ne? Da waren größere Teile drin. Hast du ein Glück? Oh, guck. Der ist schön. Rika ist der. So ein Nashorn, quasi, ne? Hier ist noch mal so eine Kampfszene. Ja. Mit allen dreien. Der Vater von Vater und Vater, quasi. War das so? Ja, so ähnlich. So ungefähr, ne? Drei Generationen. Jawoll. Guck, das mach ich schön, ne? Hier alles so eine Dioramen, wo immer drei Stück drin sind, ne? Mhm. Aber ist cool. Hatten wir vorher auch noch nicht, ne? Hier, guck, hier sind so komische Piraten sogar, ne? Barney Boy. Den sieht man nicht mehr. Wir haben ja die Sicht versperrt. Komm, mein Kleiner. Soll ich das mal rüberschieben, damit du gucken kannst? Warte. So, da ist er. Eiche Bitsch. Und jetzt freut er sich. Du kannst wieder mitreden. Links knörstert er nicht mit den Packungen da. Es gefällt ihm nicht, wenn wir nicht in der Nähe sind. So. Du filmst fleißig, ja? Mhm. Sehr gut. Zum Glück hab ich da keine Ahnung von. Hier sind so kleine Flugmaschinen, ne? Und der Pilot dabei. Jetzt holt er sich die nächste Flasche. Jetzt hat er ja geguckt und hat gesehen, dass man nicht aufpassen könnte. Im Sack, ne? Mhm. Verbrecher. Hat er schon clever gemacht. Warte mal, ich stehe mal die Kartons nach hinten hier. Wenn der Laden viel zu klein wird, ne? Hier sind auch nochmal so eine Art Dioramen. Hier sind immer zwei Figuren drin. Mit Chewbacca und Han Solo, ne? Und da ist wieder die Prinzessin. Ja, die wird gerettet. Die ist auch oft dabei. Alter Schwede. In sämtlichen Fassungen, ne? So, wen haben wir denn hier? Obi-Wan gegen Darth Vader, ne? Ja. Boba Fett, der hat keinen Gegner, siehste? Der ist alleine. Ganz alleine, der Arme. Was ist denn das für ein komisches Ding hier? Muftak? Cape. Cape und Muftak. Das ist Muftak und das ist Cape. Alter Schwede, der sieht ja aus, wa? Wer willst du wissen, wer wer ist? Weil ich das weiß. Ach so. Was war das denn? Ich weiß das. Ach so. Kennst du dich aus, ja? Ein bisschen. Ich hol meinen nächsten Karton, ja? Oh Mann. Da sage ich, ich schiebe immer weiter nach hinten hier. Ich habe das so schön eingepackt und der packt alles wieder aus. Toll. Das war doch ganz schön viel Zeug, stelle ich gerade fest, ne? Hier, das ist der Neue hier. Darth Maul, oder wer heißt der? Ja. Ja, ne? Das ist der Neue. Der Neue. Da gibt es keine Neuen. Jaja Binks, ne? Oder wie heißt der? Ja, ne? Und dann ist noch dieser Kleine da. Hm. Der da rumspringt. Sieht auch cool aus, ne? Ich wusste gar nicht, dass der in lila war. Oh ja. Schön, 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 schön. Hier ist nochmal der Böse, ne? Ja, das nochmal mit Fahrzeug und Figur. Ja, genau. Oh, Kuschelparty. Na. Kuschelparty im Raumschiff, na siehste. Da geht's ab. Schön party. Ja, diese Kuschelparty sind ja auch so absolut innen im Moment, ne? Habe ich gehört. Das ist auch noch ein ganz altes. Ja, das sieht auch so alt aus. Von Kenner auf jeden Fall, ne? Steht da unten. Das ist noch ein ganz altes. 70er oder 80er Jahre. Sowas, ne? Ja. Anfang 80er oder Ende 70er. Na gut, das ist wieder von Episode 1, ne? Ja. Ja. Aber das müsste ja vom allerersten Teil sein, glaube ich sogar, ne? Ja. So, dann haben wir mehr Kampf-Szenen nochmal. Hier als kleiner Junge noch, ne? Ja. Anakin Skywalker. Wahnsinn, was der alles hatte, ne? Ja. Ja, aber der hat ja noch viel mehr. Guck. An den kann ich mich gar nicht dran erinnern im Film. Was ist denn das hier? Hm. Batu heißt der, ja? Den hier kenne ich ja. Aber der hier? Habe ich noch nie gesehen. Und die Orangenen da auch nicht. Und ich dachte, ich habe die Filme gesehen irgendwann. Aber ja gut. Ich hole meinen nächsten Karton, ja? 1, 2, 3, 4. Müssen ja jetzt fast alle sein. Ne, zwei kommen noch. Oh, scheiße. Aber hier ist mein cooles Raubeschiff. Würde ich sagen. Hier, guck. Das Ding geht, ne? Mhm. Ein Arwingfighter. Schön richtig schön dreckig. Schön eingesuhlt, das ganze Ding. So. Bani benimm nicht. Hier haben wir noch zwei so eine Gleiter, irgendwie so eine Speeder. Mhm. Das sieht komisch aus hier, das Teil. Ja, gehört aber auch dazu. Das für unter Wasser. Aha. Glaub ich. Glaubst du? Mhm. Glaubt ihr nicht alles? Denn sie weiß nicht alles. Es könnte auch nicht dafür sein. Doch, ist es aber. So. Hier sind so eine Figürchen mit ganz viel Zubehör. Oh, guck mal den zerfetzter hier. Alter Schwede. Du müsst da zusammen puzzeln, wieder den Arm. Was ist das denn? So, das habe ich ja noch gar nicht gesehen, weil es da auch passiert. Oh, hier ist der Yoda. Guck. Den kenne ich. Aber Wahnsinn auch, was da alles für Waffenball sind und so, ne? Bei den alten Sets hier irgendwie. Da haben sie sich fast noch mehr Mühe gegeben, wie heute, ne? Das stimmt. Finde ich. Hier ist der Jango Fett. Guck. Ja. Hier ist ein Ticker. Ein Ticker? Naja, Nexo heißt der. Nexo. Der hat auch Zähne, wa? Alter Schwede. Von dem willst du nicht zerknascht werden. Nee, besser nicht. Da ist noch ein Django. Genau. Was ist los? Hast du erfolgreich deine Flasche erledigt, ja? Ja? Hast du das gemacht? Ach, wieder 25 Cent im Arsch. Verdammt. Was ist das denn hier komisches? Ein Spider-Droid. Willst du auch aufs Bild so? Er buhlt um Aufmerksamkeit. So, was haben wir hier? Hier so eine Mini-Pistole-Panzer quasi, ne? Sieht auch ein bisschen komisch aus. Immer mit so einem kleinen Raumschiff und einer Figur, seht ihr ja, ne? Also praktisch mehr, wenn ja so ein Doppeltext sind das, ne? Ja, das Ding sieht auch komisch aus. Ja, ne? Schlüpft da raus, ne? Ja, meinste? Ja. Achso. Hier haben wir nochmal Obi-Wan. Ja, erzähl mal. Nachrichten. Von Barney. So, nur erzähl. Ja, fein. Ich bin abgemeldet, ja. Das ist so, wie ich das sehe, ne? Miss Window und der Super-Battle-Droid. Ja. Haben wir hier. So. Wir kommen der Sache nahe langsam. Hier haben wir nochmal ein Pack. C3PO ist hier nochmal mit drin, ne? Ne, wo ist er denn? Steht hier zwar drauf. Da! Den musst du erst umbauen. Achso. Entschuldige. Ich komme da nicht so aus. So, und jetzt der letzte Karton. Alter Schweder, ey. Ich habe das so schön eingepackt alles. Naja, wir müssen uns ja auch irgendwo hinstellen. Mal gucken. Vielleicht kriegen wir da oben ja noch was hin. Obwohl, da oben ist auch noch relativ voll, ne? Das kriegt Schnucki niemals wieder so in die Kisten rein. Naja, das ist ja auch deine Aufgabe. Ne. Kannst du vergessen. Ich gehe dein Frühstück holen. Oh, guck mal. Hier ist das süße Pony hier, ne? Nicht klauen, Barney. Nichts klauen. Nein, nein. Nichts klauen. Nein. Der kleine Dieb. Hier sind ein bisschen größere Pakete, ne? Mit gleich ein paar mehr Figuren halt. Ja. So. Das ist irgendwie auseinander, ne? Ja, das muss man wieder zusammenbauen. War irgendwie Ersatz, ja. Nee, das ist schon irgendwas. Aber ich weiß gar nicht. Das ist schon irgendwas. Ja. Hier ist auf jeden Fall ein großes Paket. Auch so eine große Kampfszene hier. Auch so ein ganz altes Set ist das, glaube ich, ne? Battle Arena ist das. Ja, da kämpfen sie. Kann ich mich auch nicht daran erinnern, wo das... Guck, da ist auch diese komische... Dings dabei. Das ist immer ganz schön schwer, das Teil. Warte mal. Ich stelle das mal dahin. Ist ja viel drin. Nübswahrscheinlich. So, dann haben wir noch mal so ein größeres Pack hier. Das ist auch wieder der Boba-Fettbeine, ne? Mhm. So, und dann haben wir hier unseren Jabba nochmal. Ja. Zum Abschluss. Jabba. Das ist der schönste von allen. Ist ja nicht putzig. Mit Han Solo. Jawoll. Nee, das war's soweit, ne? Gott sei Dank. Wir haben's geschafft. Jawoll. Okay, unsere Star Wars-Sammlung. Also, wenn was dabei ist, kommt vorbei. Bis dann.